2-Zimmer-Wohnung in der Sanierung, 2,5 Zimmer. Sehr hell, wie man sieht, haben wir gerade Glück, die Sonne kommt gerade raus. Das ist das große halbe Zimmer als Durchgangszimmer. Zur Küche und zum Einzelzimmer und zum Bad nach hinten. Hier haben wir auch, hier vorne glaube ich, Dielen, andere Laminat leider, aber zwei gleich große Zimmer zur ruhigen Seitenstraße, Einbahnstraße, sehr hell, große Wohnungen. Wie gesagt, nächste Woche kommt der Fußbodenleger und dann schauen wir mal, was der sagt, was man mit dem Fußboden machen kann. Aber wie Sie sehen hier, überall leider, der Fußboden auf das schöne Dienfußboden draufgeschüttet. Da fragt man sich wirklich, was der an Tabletten genommen hat. Ein Blick von dem Einzimmer in das halbe Zimmer, da sieht man mal, wie hell das ist. Jetzt gehen wir hier weiter zur Wohnküche und dann danach gleich das zweite Zimmer. Hier hört man gerade die Türen abgemalt. Wie gesagt, beide Handwerker sind gut bei der Handwerker sind gut bei. Dann kommt man auf das kleine Zimmer, das kleine Zimmer fast gleich groß, sehr schön groß, sehr schön groß vor allen Dingen. Ruhige Seitenstraße, nochmal ein Blick vom Fenster in das Brotezimmer. Da sieht man, wie schön die Türen gemalt ist, wie gesagt, die Handwerker sind gut bei. Dann kommt man von dem Zimmer direkt in die Küche. Dann haben wir hier einen kleinen Vorraum vor dem Bad. Da haben wir hier leider auch ein inliegendes Wohnwohnung. Jetzt kommen wir zur Wohnküche zurück. Dann zu dem halben Zimmer als Arbeitszimmer, Anleiterzimmer und so was alles. Dann sind wir durch die zweieinhalb Zimmerwohnung. Zweierwege tauglich schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Nachmittag und einen Tag Gesundheit. Danke, tschüss.